Was kennzeichnet die Rollen Accountant, Controller, Business Partner? Beim Accountant beispielsweise geht es in einer Business Partnering Organisation, wie wir sie haben, darum, dass er ein Fachexperte ist. Das heißt, hier sind alle Fachfragen zum Thema Bilanzierung, Buchhaltung, Steuern, sind hier zu platzieren und werden hier auch eine kompetente Antwort finden. Beim Controller ist es so, dass es da schon so ist, dass vielleicht noch mehr vom Geschäfts- und Marktverständnis vorhanden ist, sodass hier der Controller, der gesuchte Ansprechpartner für bestimmte Themen ist, die er auch in einem guten Business Kontext beantworten kann. Und beim Finance Business Partner ist das Ganze wirklich ganzheitlich zu sehen. Es gibt ein umfassendes Markt- und Geschäftsverständnis, sodass er auf Augenhöhe und als Sparringspartner mit dem Business agieren kann. Vielen Dank.